Durch deinen komischen Bug haben wir das nicht, wenn du drin sitzt. Dann schweben wir immer nur durch die Luft. Wir sind übrigens komplett in der falschen Richtung unterwegs. Ja, da muss ich hoch. Bin der schon unterwegs. So. Drei Kilometer. What the fuck? Gib ihm ein bisschen Gummi. Das ist jetzt wieder mit den einen Heli, oder? Das ist wieder der eine, ja. Aber diesmal kommen wir, glaube ich, von der anderen Seite. Ja, nee, das ist eine andere Mission. Könnte natürlich auch sein. Wie immer wieder crazy an uns vorbeifliegt, ne? Ja. Wenn ihr so nach hinten guckt, siehst du mir aus, gegen die Windschutzscheine knallt. Flugzeugabsturz! Mayday! 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 Das kann uns ja jetzt egal sein, wir haben einen Fallschirm. Mayday! Aber wenn wir tief genug sind, also zu tief sind, dann muss der Fallschirm auch nichts. Mayday! 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 Blackhawk! Hier springt ihr schon ab? Was ist los? Wir haben doch 600 Meter. Warte mal, ich kann ja auch Fallschirm machen. Alter, warum bin ich so schnell unten und ihr seid noch so lange in der Luft? Mayday! Naja, weil ich den Fallschirm gleichzogen habe. Wow, das war knapp. Alter, ich habe doch den Aufprall gehört. Autsch! Mich hat es irgendwo in die Pampag verschlagen. Mach eine Rolle! So. Zocki ist bei mir in der Nähe. So, da hoch. Da muss ich klettern. Warte, da sind Gegner drin. Ja. Klettern. Kletter doch da hoch, Junge. Okay, da drin ist niemand. Da hochklettern, da hochklettern. So. Dann schauen wir mal ein Stockwerk nach oben. Da sehe ich schon. So. Ich habe schon ein paar Gegner gesichtet. Da hängt schon wieder ein Toter herum. Ah, Crazy ist ganz woanders, gell. Ich bin auf der anderen Seite. Ja. Ich weiß. Ah, verdammt. Mein Stunt hat nicht funktioniert. Aber jetzt die Position der Gegner, oder? Jetzt. Hey, da ist ein Ding. Achso, das bist du. Das bin ich, genau. Ich dachte schon, er rennt vorbei einfach mal so und lässt mich im Dreck liegen, gell? Das musst du mir sagen, dass du du bist. Das musst du mir sagen, dass du du bist, weißt du? Ja. So. Bin ich so selten ich, oder? Oh, der Crazy hat schon alle fleißig markiert. Ja. Und wo hat der denn die markiert? Kann das sein, dass da dein Hubschrauber abgestürzt ist? Könnt ihr hintereinander stehen, dann kann ich euch doppelt ausschalten. Ich probiere mal eine höhere Stelle zu finden, gerade für mich. Na toll. Seid am Boden. Okay. Ups. Locker bleiben. Alles ist gut. Okay. Ah, die Rebellen sind auch schon da. Ja. Oh, wir hätten, wir hätten eigentlich mal den Mörser besuchen können. Verdammt. Oh fuck, fuck, fuck. Nein. Irgendjemand hat... Ja, meiner braucht urlange die Waffe zu wechseln. Ich glaube, hoffentlich kann man das auch noch irgendwie leveln. Hä, wieso? Wieso braucht der lang? Den habe ich. Ja, ich habe gerade geschossen mit der Sneaperer und wollte dann die Waffe wechseln, dann hat er zu lang gebracht, finde ich. Ja, da ist das Gute, wir haben das Mausrad da Crazy und ich. Ja. Ups. Ich wurde schon wieder entdeckt. Oh. Ich gehe mit dem Rebellen angreifen. Den hatte Crazy nicht markiert. Ja, alle habe ich glaube ich nicht, aber die meisten. Das war's mit ihm. Oh fuck, das war absichtlich daneben, okay? Okay. Da oben müsste noch einer sein. Ich bin hinter... Bedwood. Oh, irgendwo hier müsste noch einer sein, zumindest laut Karte. Da unten ist er noch. Äh, da hockt er, da hockt er, da hockt er. Ist da wer drinnen? Nö. Oh, der gibt's. Au, fuck, wo ist der? Ah. Ah, bei mir auch. Einer ist auf dem Dach. Der ist weg. Ups. Voll in die Nuss geschossen. Den auch. Das macht man nicht. Ja, war ja nicht mit Absicht. Da unten ist ein Friedhof, okay. Oh yeah, ich kann jumpen ohne Fallschaden. Das ist schon geil. Komisch, ich höre zwar Schüsse, aber ich weiß nicht, woher die kommen. Rebellen schießen ja auch was. Ah, okay. Moment, es wird das gewesen sein. Ich bin in der Kirche. Ich glaube, da ist unser Ziel. Ja, da ist unser Ziel. Ich hole uns raus, den Rebellchen. Okay. Hallo. So, müssten eh alle tot sein. Verhören. Ah, Munition ist oben da, oder? Scheiße. Wie komme ich denn da hoch zu der Munition? Ja, würde ich sagen, gehört uns das Dorf, hm? Ja. Voila. Wow. So. Ja, ja, Virenschutz-Grafel interessiert mich jetzt grad gar nicht. Wird das mit aufgezeichnet? Nee, eigentlich nicht. Was denn? Mein Antivirus blockt grad auf. Achso, nee. So. Ja, unter die Erde, sodass es weh tut. Oh, cool. Wir können die jetzt sogar noch machen, die Mission. Ja. Ab geht's. Ja, Ende. Fahrzeug. Ähm, Heli haben wir nicht mehr, der brennt da hinten. Ist ein neuer hier? Oh, Waffenthal, Waffenthal, Waffenthal. Das habe ich schon. Ich nicht. Waffenthal? Wo? Oh, wo der Zocki ist. Wo ist der Zocki? Wir sind in einer Jagd. Ach, da hinten, Leute. Da, wo ich jetzt bin. Was kriege ich? Unterlass. Ah, okay. Wo ist die Munition? Hier. Ach, da drinnen. Lass mich mal da rein, ja. Danke. Jetzt hab ich. Cool. Cool, wo ist jetzt das Fahrzeug, was ich bestellt hab? Wir parken genug. Ja, ich wollt's grad mal nur ausprobieren, wie das mit dem Fahrzeug funktioniert, aber irgendwie. Nette Karre, Mano. Wir machen sie nicht kaputt. Hm. Machen sie es nicht schwerer als nötig. Hey, Zacka. Petsi? Petsi, wo ist das die Karre, die ich bestellt hab? Guck mal, hier ist noch irgendwo ne Ressource. Ich weiß auch nicht, ach, da oben kommt glaub ich die Karre, die ich bestellt hab. Kann das sein? Die grüne? Weiß ich nicht. Kann vielleicht sein. Gut möglich sein. Ah, da hocken auch. Ne, da hocken ja nur Rebellen drin. Ja. Keine Ahnung, wo das Auto ist, was ich bestellt hab. Vielleicht ist auch diese einzelne Rebellenschlitten hier. Ja, vielleicht ist es der. Wird ihr schon unterwegs? Hey, hey, ich weiß nicht, ist der Crazy drin? Ja. Ja, voll. Ich guck hinten drinnen. Wo ist der Petsi? Ich fahr auch keiner noch. Bin da oben. Wo, wo so? Ah, so der Fahrt schon. Ja. Er fahrt schon Richtung Base. Das sieht noch viel geiler aus von mir aus, wie der Crazy dem Fahrzeug hinterher rennt vom Zocki. Und der Zocki eiskalt losfährt. Und der Crazy muss hinterher laufen. Ja, ist doch cool, oder? Aber ich sitz eigentlich bei mir schön gechillt im Auto. Das ist gut, weil bei mir sieht es ein bisschen fies aus. Wenn der Crazy da verzweifelt hinterher rennt und der Zocki einfach nicht stehen bleiben will. Das. Das. Oh, wir sind gleich da. Oh Gott, wo muss man denn lang? Ich denke mal hoch oder so. Wir sind schon in Jagdhütte, okay. Die Frage ist, wie wird jetzt eine Jagdhütte bewacht sein? Tja, das ist gute Frage. Das kann uns furcht sein, wir mähen da einfach durch. Easy, easy, easy. Deswegen steige ich hier schon mal aus und laufe schon mal in den Hügel hoch. Das ist gar keine schlechte Idee. Okay, ich komme auch rausgeklettert. Wirklich? Du warst ja gerade seit draußen. Was redest du? Wo ist das Ziel nochmal? Da unten. Wo, da unten? Ach, das da? Ich schicke die Drohne vor. Okay. Drohnen! Vollgas! Ich sehe da gar nichts. Da sehe ich auch nichts, ja. Ich gehe mal runter. Habt ihr überhaupt jemanden markiert? Ich steile mich da und das ist leer. Geronimo! Kann ich hier runter springen? Ja. Ja, wir müssen nur da rein. Bin da. Ja, ich knack gerade zum Schluss. Okay. Ich gebe dir Deckung, falls wer drin ist. Es ist definitiv hier drin. So. Kommt rein. Ich schaue nach rechts, links. Da ist keiner drin. Nein, die sind nicht drinnen. Wir müssen irgendwo. Da unten ist irgendwas gelb markiert. Da unten rechts. Doch, hier ist ein Keller. Warte, da ist was zu markieren. Wo ist ein Keller? Ah, das ist im Keller wahrscheinlich zu markieren. Kann das sein? Ah, da hinten. Also ich habe es noch nicht entdeckt. Hinter der Treppe. Ah, Moment, hier sind Gegner. Boah, scheiß Rufler. Wie foltern irgendjemanden? Sollen wir gleich ausschalten? Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Oder abhören. Sind das nicht die zwei, die wir eigentlich holen sollen? Ach, töten sie La Juri und El Polita. Vielleicht sollte ich mal lesen, was da steht. Ja. Sollen wir schießen? Ich nehme die Fette. Warte. Warte, du kommst da nicht durch durch die Scheiben. Ah ja, wir sollten da rum tun. So, ich habe gerade eine Tür geöffnet. Da ist Alarmalark losgegangen. Wenn der Crazy da reingehlt wird, hätte ich auf ihn schießen können vielleicht. Einer habe ich gekillt. Sehr gut. Die andere ist auch schon tot, oder? Da hinten liegt sie. Oh, der ist... Oh, der ist... Die Blade habe ich gekillt. Der ist runter, oder? Warte mal, hier ist ein Keller nicht, dass der da wegrennt. Ja, ich denke mal es gerade. Alter, was haben die hier gemacht? Das war's. Oh. Oh. Das war's. 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 Cool. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Jetzt dieses Video, was ich angeblich hätte. Das habe ich noch. Aber das kann ich jetzt nicht mehr wählen. Okay. Bei mir steht dauernd Ausrüstung. Achso. Ja, weil ich ein paar neue Waffen habe. Oh. Da ist ja eine coole. Hm. Ja, ich schaue auch mal neue Waffen. Was ist die coole? Coole? Die AK? Die AK, ja. Mit... Boomdings oben drauf. Boom-Dinge-Boom-Boom. Okay, aber ich schaue kurz. Ah, der hat aber nicht mal ne Schalldämpfer, oder so. Ich geh mal wieder hoch. Nö. Dafür habe ich auch noch das Sniper einstecken für... Halldämpfer. Ja, aber das Anvisieren, das ist so nah heranzummen. Das ist ein Heli. Das ist ja nicht gut für die Knarre. Ich bring mir auch ein Heli mal zum Haus. Oh Gott, die ist pink. Oh, ja. Ich darf nicht sagen. Kann sich bald Farbe ändern. Was macht der Beizzi? Äh, ich bin auch hier drin und schaue meinen Sniper nochmal an, ob ich dafür was Neues habe. Aber ich habe nichts Neues. Ich warte vor der Tür. Ausrüstung kann ich was machen. Hm. Ich will aber nicht. Cool. Kann ich die zweite aus AK nehmen in der Hand? Das ist also ein bisschen. Habe ich auch ne neue. Drohne kann EMB, Sprengladung. Uh. Geil, 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 geil. Ah, hier ist übrigens der... ...das Ding zu markieren. Hm. Nein, nein. Hey, aber ich muss schon sagen, so hässlich ist die Jagdhütte nicht. Ja. Ja. Boah, aber die Frau war schon echt eklig fett, gell? Wow. Ja. Wärtsin, wo geht's hin? Äh, stimmt. Ja, wir haben doch ein neues Dorf, nur wo? Wiesst du es nicht, wir hätten irgendwas... Ach, da unten! Ja, Leckumio am Arsch. Warte ganz kurz, okay. Einen Moment bitte. Ich hab gerade eben etwas aufgefallen. Warte. Was denn? Dass du mich ausstrimmst? Badwood streamed permanent non-stop. Badwood streamed? Cool. Ach, das ist ja gut, dass ich das auch mal weiß. Wie viele Kommentare hast du denn schon? Die Lappen, was machen die denn für'n Scheiß? Lappe streamen, ich hab'n grad gestoppt. Ich hab'n grad gestoppt. Ich hab'n irgendwie den Stream und die Aufnahme gleichzeitig gestoppt. Läuif, Baddie, Uberti. Läuif. Läuif. So, Baddie. Steig ein in den Bild. Ich schau' gerade mal, ob man... Ich glaub' ich kann den selber gar nicht nachvollziehen. Doch, doch. Wo musst du nur reingehen in den Manager. Ach da, Badwood livestream. Vor allen Dingen mit dem Bild von The Forest. Ich glaub' es hat aber gar keiner zugeschaut. Ich glaub' es hat aber gar keiner zugeschaut. Weiß ich nicht, zieht man ja normalerweise. Ja gut, das hab' ich im Jahr ausgemacht. Probieren. Was denn? Na, Kokaine? Ach, Quatsch. Ähm. Was ist mit dir? Ja, was denn? Achso, ich weiß nicht, wo. Also, Livestream ist aus. Ich hör' leider den Helikopter nicht neben mir aufsteigen, weil der Crazy wieder fliegt. Das sieht so aus, als würd' den jetzt hin und her tragen. Ja. Der Crazy ist doch nicht drin. Ich weiß. Der Crazy steigt doch ein. Das ist mir so suspekt, wenn du fliegst. Ähm. Bist du drin? Ja. Wo geht's hin? Ach ja, hinter mir. 360 Grad Drehungen. Uh. Geht sich eigentlich der Fallschirm automatisch wieder auf? Ich hab' noch gar nicht kapiert. Ja. Ich glaub' schon. Ich kann schon rausspringen, theoretisch. Mit Alt kann ich umsehen. Mit Shift und Steuerung kann ich weniger Schub machen und mehr Schub. Okay. Ich könnte ja den Sitz wechseln, dann könnte Batsi fliegen jetzt. Nein, oder? Nein. Das kann aber fliegen. Scheiße. Wenn ich Sitz wechsel mache, dann rutsch' ich nur hin und her mit dem Arsch. Macht der Zocki auch gerade. Schaut cool aus. Ist besser. Ja, aber bei uns sieht das aus, als würd' uns der Arsch jucken. Das passiert, wenn ich den Sitz wechsel mache. Ich hab' keine Ahnung, bei uns schaut das super komisch aus. Bei uns hat sich nichts verändert, Crazy. Das tut mir leid. Bei mir fangt der ganze Heli zum Drudeln an. So, Ivo geht's doch da lang, oder? Ja, auch runter. Ich steig schon mal aus, ne? Jetzt schon. Du bist fast ein Kilometer entfernt, ihr wisst ja schon. Ja, ja, das täuscht. Ich land' hier mal. Ganz gechillt im Feld. Aber gibt's hier irgendwie ne Möglichkeit, normal zu dem Ding zu fliegen? Ah, okay, wenn man nix drückt. Ich land' im Baum. Nee, auf'n Truck. Auf'n Traktor. So. Gelandet. Also, ich flieg' ganz chillig Richtung Stehen sie den Hubschrauber. Achso, nicht wieder aufpassen, Leute, dass der mit dem Hubschrauber wieder wegfliegt. Ja, ich geh' mit der Drohne wieder rein. Okay, ich bin aber schon drinnen gelandet. Aber man hat mich noch nicht entdeckt. Okay, den ersten hab' ich da. Ich bin hinten. Du brauchst ja nur einfach schneller wie die sind, die den Helikopter stehlen. Ja, eigentlich schon. Aber lass' mich jetzt mal alle Feinde markieren. So. Da ist hinten. Achso, okay. Oh, oh. Nein, nicht schon wieder. Da liegt schon einer in den Helikoptern noch nicht, gell? Doch, ich bin schon bei. Nee, ich mein' von den Gegnern. Ich bin drin. Ah, fuck. Falsche Knare. Kein Schaltdämpfer. Nein, was war das jetzt? Nein. Ist der Heli im Arsch? Ja, der Heli ist im Arsch. Nein. Warum ist das Ding explodiert? Oh, oh. Ich sollte hier rausgehen. Hilfe, ich brenne! Mama! Wer hat denn auf dem Heli geschossen? Niemand, da ist was explodiert daneben. Ja, irgendwann schaffen wir die Nebenmissionen schon mal. Ich werde fast verreckt. Da unten haben wir ein Heli. Wir könnten auch weiter fliegen. Da. Ja. So, da habe ich nochmal ein neues Dokument, aber das ist ehrlich gesagt von den zwei, die wir gerade schon erledigt haben. Alter, vom Nahen sind die ja noch viel hässlicher. Was? Ja, die zwei, die wir gerade geerschossen haben. Ja. Die von Nahen? Wo siehst du das? Äh, ich habe gerade ein Bild von den zwei aufgehoben. Ja. Dokumente. Achso, das habe ich auch abgehoben, aber ich schau mal das hier nicht an. Unten haben wir eine Heli, können wir weiter fliegen. Da. So, warte. Mir nach. Jumping! Nee, nicht das Passagier. Ich muss das Klumpart fliegen. Ja, wollt ihr dann zwischendrin schon mal ins neue Gebiet fliegen? Warum nicht? Dann setze ich da mal eine Markierung. Boah, Alter, wenn das das neue Gebiet ist, dann ist die Karte halt echt riesig. Das ist egal. Da bin ich. So, ich habe es mal markiert, man sieht es halt nicht genau. Bist drin? Ja. Na dann, ab. Ach, direkt geradeaus. Wahnsinn. Oh Gott, der crazy Wahnsinn. Auf uns wird geschossen, äh, oder auch nicht. So, steigen, 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 steigen. Wo muss ich hin? Auf A, oder? Die fünf Kilometer entfernte Scheiße. Soll ich mal auf dem Fahrersitz mal weggehen und das mal Hubschrauber trudeln lassen und abstürzen? Ich glaube, das kannst du gar nicht während dem Flug, oder? Ja. Bestimmt kann er das, wahrscheinlich. Da unten explodiert schon wieder was. Oh, wir kommen in die Bär, in die Schneewegion. Oh, geil, jetzt wird es winterlich. Aber irgendwie kommt der crazy mit dem Helikopter nicht voran. Ja, ich komme schon da. Guck dir mal. 3,9 Kilometer noch. Was, 9 Kilometer? Wo fliegst denn du hin, Zocki? 3,6? Ja. Ja, jetzt. Aber wie ich es gesagt habe, war es doch 3,9. Ach so, ich habe verstanden, 9 Kilometer. Na. Ja. Wow, was ist das für ein Schneegebiet? Cool. Fliegt da eins, oder landet? Steht da eins. Ne, da fliegt eins. Da rechts ist ein, ja, Flugzeug. Bestimmt hier irgendwo ein Flugplatz oder sowas auch. Flugzeuge sind schneller. Ja. Alter, schau mal wie viel Städte und Dörfer es hier oben noch gibt. Warte, fuck, Junge. Wir sind jetzt in einem anderen Gebiet. Eine hochgelegene Region, die als Ausbildungslager des Kartells verwendet wird. Hm. Oh, ja. Ausbildung. Guck mal, hast du dir die Karte mal angeguckt? Ja, die ist so pervers riesig. Juuu. Okay. Also an dem Spiel werden wir wieder lang hocken, ne? Ja, solange wir halt Lust haben immer, ne? Ja. So wie wir es bei der Vision auch vorhatten, gell? Nach 20 Parts war Schluss. Ja. Alter, schau... Das Leveln zu schnell gegangen danach und... Alter, der Seekrater sieht ja geil aus. Ja, ich find's zu finster. Wenn's hell wär, wär's sicher besser. Wow. Gelandet! Auf schnelle Art und Weise. Aber ich glaube, ich kann jetzt da keine Markierung anbringen, oder? Ja. Du brauchst nur daneben stehen. Wichtigstes Ausbildungsgebiet. Sie betreiben viele paramilitärische Trainingsplätze in dieser Provinz. Mit Rekruten aus ganz Südamerika. El Moro. El Moro. Mh. El Moro. Poporo. Ähm. Der Ausbilder soll ein Ex-US-Soldat sein. Egal, oder? Sie müssen Informationen über das Ausbildungsprogramm beschaffen. Und den Ausbilder identifizieren. Verstanden, Bonner. Oh. Oh, 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 oh. Es stimmt, der Punkt. Er ist auch nicht fancy. Warum eigentlich immer da wo Fahrzeuge und warum immer in unserer Basis? Warum eigentlich? Da... War kein Fahrzeug? Doch. Das Motorrad ist kaputt. Ist nur Motorrad. Okay... Wenn etwas crazy sein kann, kann ich auch. Super, Leute. Hast du den Mörser aktiviert? Nein, nicht die Heli! Nicht die Heli! Leute, die... Ich wusste, er wollte mit dem Heli fliegen. Geht er noch? Nein! Ja, Leute, dann sammeln wir mal neue Informationen. Über was? Ihr seid so... Ja. Wir haben eben schon ein Fahrzeug da. Macht's gut. Wo geht's hin? Ist markiert. Okay. Ich mach Abkürzung. Nicht, dass das... Oder auch nicht. Das ist keine Abkürzung. Da, das ist die Abkürzung. Boah, ich bin gleich klein! Aua! Das ist Abkürzung. Da, guck. Ich hab nur noch 500 Meter. Ihr müsstet mich bitte wiederbeleben. Wir kommen ja schon, glaub ich. Ja, ich komm schon. Ich dachte, ich nehm jetzt auch mal ne Abkürzung. Bin ein Stück mit dem Motorrad runter gesprungen. Dann ist mein Motorrad hängen geblieben. Und dann bin ich noch Meter weit alleine weiter geflogen. Deswegen mein langes... Nein! Nein! Juuu! 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 Ja, da pflegt er ja mir vorbei. Wow! hat jemand mein motorrad gesehen ja es ist im wasser ja keine ahnung ich habe einen vehikel mitgewinnen da oben auf der straße müssen wir irgendwo liegen nein da oben wird kein motorrad anzeigt ach so es liegt sogar eine straße noch höher schau mal noch hoch da oben ist es okay ich hole dich ab ich bin über zwei straßen alter ich bin über zwei straßen hier nach unten gefallen ich bin da wozu gehörst du crazy schiebt das auto weg ich bin hinter der zack